Guten Abend und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge 50 des Sternensucher-Podcasts. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen, dass du mir so lange dein Ohr leihst und habe zur Feier des Tages ein kleines Gewinnspiel für dich vorbereitet. Male dazu ein Bild deiner Lieblingsszene aus den 50 Folgen Sternensucher-Podcast und sende mir das Bild über Facebook unter Kinderbuchautor Mario Mietich. Gewinne eins von fünf limitierten Sternensucher-T-Shirts. Also gehe jetzt gleich auf Facebook Kinderbuchautor Mario Mietich und sei dabei. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit Folge 50 der Sternensucher Erik Kusche. Erik sieht zu Timo auf. Wieso bin ich auf der Steintafel zu sehen? Und Hoppel auch! Die Prophezeiung sagt die Zukunft voraus. Du wirst die Täler von Hucklern durchqueren, den Königsberg erklimmen und den von der Nebelhexe gestohlenen Stern zurückholen. Erik betrachte die Figuren auf der Steintafel. Das Männlein, das aussieht wie Erik, klettert den Hang hoch und hat fast die Spitze erreicht. Plötzlich stoppt es und rutscht wieder ein Stück in Richtung des Tals. Ich stürze ab! Auf der Steintafel verschwindet der Gipfel hinter einer Wolke. Timo, mach etwas! Doch Timo sieht auf die Steintafel, als wüsste er, dass alles gut geht. Erik stützt sich an der Tafel ab und zieht auf die Bildchen. Der Hase bewegt sich auf dem Pfad in Richtung des Gipfels und verschwindet im Dunst. Hoppel! Plötzlich leuchtet ein gelber Punkt in den Wolken. Der dunkle Nebel lichtet sich und der Erik auf der Steintafel streckt einen Stern in die Luft. Der Weihnachtsstern! Ich werde ihn finden! Die beiden steigen auf der anderen Seite des Berges hinab. Da! Hüüüü, Paul! Erik ist so gefesselt, dass er nicht bemerkt, wie am Hang noch ein Männlein erscheint. Es trägt ein kariertes Hemd und eine Brille. Paul! Der Paul auf der Steintafel ist von dichten Wolken eingeschlossen. Ich, ich weiß, wie es weitergeht! Ich werde Paul gemeinsam mit Hoppel befreien! Ist doch so! Doch Timo atmet nur schwer aus. Timo, sag schon, das wird doch passieren. Erik sieht wieder auf die Steintafel. Was ist jetzt? Wo sind die Bilder hin? Der Stein ist dunkel. Keine Figuren mehr. Keine leuchtenden Symbole. Nur der kalte Stein. Erik schießt herum. Was ist das hier? Die Prophezeiung sagt, dass ich den Stern wiederhole und Paul da oben bleibt? Timo sieht ins Leere. Über diese Stelle wieren wir Pferde schon seit Jahrzehnten. Sie macht keinen Sinn. Erik beilt die Faust zusammen. Die Nebeldiebe haben Paul entführt und die Prophezeiung will mir sagen, dass Paul in diesem Wolkengefängnis bleibt. Nicht mit mir. Timo, lass mich aufsteigen. Timo nickt der Stute zu, lässt Erik auf seinen Rücken krabbeln, trabt zur Stalltür und stapft zweimal auf den Boden. Die Stalltür geht langsam auf. Erik spürt die warmen Sonnenstrahlen im Gesicht und zieht in das breite Tal. Der Sternensucher Erik Kuschel wird es euch zeigen. Ihr Nebeldiebe. Hüya! Wie es weitergeht, hörst du in Folge 51. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann danke ich dir, dass du den Sternensucher-Podcast abonnierst und in der nächsten Folge wieder dabei bist. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig Dein Mario Mietig